Herzlich Willkommen liebe Fußballfreunde im Wiener Stadion. Wir begrüßen Sie mit den letzten Klängern der argentinischen Hymne für Weltmeister Argentinien. Hier Diego Maradona, der Mannschaftskapitän und der Superstar dieses Abends. Die Stadtkapelle von Oberwart hat die argentinische Hymne hier vor rund 45.000 Zuschauern im Wiener Stadion gespielt. Und jetzt zur österreichischen Hymne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und Sie hören die Begeisterung, die um dieses Spiel hier im Wiener Prater Stadion an einem wunderschönen Maiabend herrscht. Fußball-Weltmeister Argentinien gegen den Herausforderer Österreich. Österreich mit 1 Lindenberger, 2 Roos, 3 Petzl. Vier Streiter. Fünf Schöttl als Libero anstelle von Ernst Eigner. Sechs wieder in der Mannschaft, aber nicht Kapitän Manfred Schack. Nr. 7 Linsmeier. Nr. 8 Artner. Nr. 9 Polster. Nr. 10 Rodax. Nr. 11 Und hier die Aufstellung des Weltmeisters. Nummer 1, Pompidou. Nummer 2, Battista. Nummer 3, Simon. Er spielt Libero. Nummer 4, Lorenzo. Nummer 5, Ruggeri von Real Madrid. Nummer 6, Serizuela. Nummer 7, Burrucciaga. Nummer 8, Sensini. Nummer 9, Balbo. Nummer 10, Maradona. Und Nummer 11, Basualdo. Insgesamt sind 5 Weltmeister in der Mannschaft von Carlos Pilardo. Die 5 Weltmeister sind Pompidou, Ruggeri, Battista, Burrucciaga und der Mannschaftskapitän Diego Maradona. Der Schiedsrichter dieser Begegnung kommt aus Belgien. Es ist Alphonse Constantin. Er hat das Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel in Leipzig, DDR gegen Österreich, das 1 zu 1 geleitet. Und zwar gut geleitet. Und er war vor drei Jahren hier im Wiener Stadion an der Linie als sein Landsmann Bonnet das Europacup-Finale zwischen Bayern München und dem FC Portu 5. Er hat auch noch ein anderes österreichisches Länderspiel schon gepfiffen. Und zwar 1986 in Innsbruck. Österreich gegen die Schweiz. Ein guter Bekannter also der Mann aus Waterloo in der Nähe von Brüssel, der soeben dieses Spiel angepfiffen hat. Die Mannschaft des Weltmeisters spielt von links nach rechts. Die Österreicher heute in Roten Weibchen und Weißen Host. Die Ausgangsposition ist für die Österreicher nach den letzten Ergebnissen günstig. Österreich hat vier Spiele hintereinander ohne Niederlage absolviert. Er hat hier jetzt Schöttler am Ball. Schöttl erstmals gegen Basualdo. Drei Siege hat es gegeben und neun Tore wurden geschossen. Das heißt, bei allen Erfolgen Österreichs drei Treffer. Argentinien hat acht Spiele hintereinander kein Tor geschossen. Allerdings hat die Mannschaft nicht mit dem Mann gespielt, der den Werk dieser Mann bestimmt, nämlich Diego Maradona. Hier haben Sie den Innsbrucker Streiter. Einwurf für die Österreicher. Die Argentinier könnten ein Plus im technischen Bereich haben. Sie haben Schwächen gezeigt ohne Maradona, aber heute haben Sie diesen Superstar, der soeben mit Neapel zum zweiten Mal italienischer Meister geworden ist. Und von ihm erwartet sich auch Carlos Bilardo eine Rückkehr zu den Leistungen, die diese Mannschaft in Mexiko gezeigt hat. Die Österreicher wollen hier offensiven Fußball zeigen. Sie wollen angreifen, aber sie wollen dem Weltmeister nicht die Gelegenheit geben, in eine entflößte Verteidigung Konterschläge zu führen. Teamchef Hikersberger traut seiner Mannschaft zu, dass sie einen gleichwertigen Gegner abgibt. Er traut ihr zu, dass sie auch Diego Maradona etwas entschärft. Und hier das 1 zu 0. Das 1 zu 0 durch Manfred Tschak. Ein Traumstart für die Österreicher. Ein abgefälschter Schuss in der dritten Minute. Bringt Österreich mit 1 zu 0 gegen den Wettmeister in Führung. Und das Stadion kocht vor Begeisterung. Einwurf von Michael Streifer. Ein Abpraller. Abgefälscht. Keine Chance für Tormann. Tormann, Neri, Pompidou. Noch einmal. Tschak. Abgefälscht. Tormann in der anderen Ecke. Und Österreich führt mit 1 zu 0. Und da wird natürlich die Rufe von Zugabe, Zugabe hier im Stadion laut. Wieder Streiter. Streiter für Pölster. Der Mannschaftskapitän ist und nicht Manfred Tschak. Hier haben sie Diego Maradona. Hat schon etwas abbekommen. Diego Maradona. Der Mann, auf den die Blicke heute von rund 45.000 hier im Zuschauerraum gerichtet sind. Und natürlich zu Hause an den Fernsehschirmen. Maradona kann weiterspielen. Scheint in einer guten körperlichen Verfassung zu sein. Hat ja schwere Gewichtsprobleme gehabt. Hier haben sie Pompidou. Der von der eigenen Mannschaft hier im Stich gelassen wurde. Der von der eigenen Mannschaft getauscht worden ist. Möglichkeit jetzt für die Mannschaft von Argentinien. Und zwar durch die Nummer 11 durch Paso Aldo. Nein, Balbo war es. Pardon. Balbo von Udinese. Balbo von Udinese. Wieder Einwurf durch Michael Streiter. Balbo von Udinese. Ein gegriffen war der Libero Juan Simon von den Boca Juniors. Und hier haben Sie die Großaufnahme Schiedsrichter Alfons Costanta aus Belge. Schöttl, das spielt für Roos. Direkt an mir und an die Zuschauer ein Foul von Basualdo an Roos. Das Spiel findet noch bei Tageslicht hier im Wiener Prater Stadion statt. Sehr gut gemacht von Libero Schöpo. Sechs Minuten gespielt und Österreich führt mit 1 zu 0 Eckball durch Maradona. Abstoß vom Tor der Österreicher nach dem Kopfball von Batista. Sergio Batista von River Plate. Ein routinierter Spieler in der Mannschaft des Weltmeisters. Hörtnagel. Sehr gut gemacht von Hörtnagel. Linzmeier. Maradona. Zurück zu Tschak. Hat versucht sich auf Bord wieder zu schießen. Und Konter über Maradona und da ist Lindenberger. Streiter bietet sich an. Bekommt den Ball. Rodax. Hörtnagel. Hörtnagel. Und abgewehrt von Seresuela. Nummer 3, das ist Simon. Margetini haben das Problem, dass sie sehr lange nicht zusammengespielt haben, dass sie in der stärksten Aufstellung in den letzten Monaten nie antreten konnten. Dieses Spiel hier im Wiener Stadion ist für sie auch deshalb von Bedeutung wieder zu einander zu finden. Österreich hat erst einmal gegen Argentinien gespielt. Das war 1980. Und damals gab es ja gegen den Weltmeister von 78 mit Diego Maradona ein 1 zu 5. Abseits. Abseits war hier Sensini. Betzl. Auf Polster. Polster wird bewacht von Ruggieri. Polster bestreitet heute sein 35. Länderspiel. Also ein kleines Jubiläum für den Mannschaftskapitän der österreichischen Mannschaft. Basualdo ist nicht weit genug entfernt. Deshalb warten die Österreicher. Polster. Jetzt wird er eine Ermahnung bekommen vom belgischen Schiedsrichter. Zurecht. Polster. Wieder abgefälscht. Und Rodax fällt auf den Ball. Rodax, der aller Voraussicht nach nur 45 Minuten spielen wird. Nach der Pause soll Andreas Ogris stürmen. Kein Misstrauensvotum für den Admiraner, sondern Teamchef Hickersberger möchte ihn schonen für die Meisterschaft, in der er ja noch die Chance hat, europäischer Torschützenkönig zu werden. Jetzt Maradona. Abgefangen von Schöttler. Schöttler hat die Aufgabe bei Attacken seiner Vorderleute abzusichern. Vor allem, wenn Maradona attackiert wird. Keine ausgesprochene Mahndeckung für Diego Maradona. Der Mann, der sich am meisten um ihn kümmern soll, ist Peter Atmer. Wieder Libero Simon. Hat lange in Frankreich gespielt, bei Monaco und bei Straßburg. Ist jetzt bei den Boca Juniors in Argentinien. Badista. Kurz Maradona. Streiter. Jetzt Rodax. Gut gemacht für Linzmeier. Linzmeier wieder für Streiter. Linzmeier nicht im Abseits. Sehr gute spielerische Leistung der Österreicher bei diesem Angriff. Der Argentinien nur mit einer Spitze, nur mit Balbo. Maradona geht da aus dem Mittelfeld an die Spitze. Als zweite Spitze hier am Sehen. Gut gemacht von Burujaga. Ja. Schon auf Abseits entschieden. Die Spitze gibt aber Vorteil. Zu Recht. Schöttl. Sehr vorsichtig. Mit sehr viel Ruhe und guter Technik. Der Probleme mit einem eitrigen Zahn hatte und deshalb geschont wird. wieder Balbo. Und da ist Linzmeier. Und da. Vf. Preistoss für die Österreicher. Unter den Zuschauern auch Sergio Vicini, der italienische Teamchef. des ersten Gegners Österreichs bei der Endrunde in Italien in Rom. mit sehr viel Übersicht, sehr viel Ruhe, Schöttl als Libero. Österreicher bisher spielbestimmend. Natürlich durch den Auftrieb des 1 zu 0 in der dritten Minute. Eine Viertelstunde ist gespielt. Eine Viertelstunde, die im Zeichen einer gut spielenden österreichischen Mannschaft stand. gut gemacht von Maradona. bett soll sich um balbo kümmern um die mittlere stürmspitze burro chaga maradona der mann kann alles mit dem ball agner das laufwunder in der österreichischen mannschaft viel bewegung im österreichischen spiel es bieten sich immer wieder mehrere anspielstationen an auch lindenberger wird nur 45 minuten spiel nach der pause ist michael konzl im tor der österreicher vorgesehen senzini und ein faul von petzl an maradona wieder purro chaga gegen schüttel roda spielt bolster an und batista purro chaga wieder batista lorenzo zurück zu simon purro chaga sehr agil im mittelfeld rückwärter rückwärter Einwurf durch Lorenzo. Maradona, gut gespielt für Pasualdo, doch immer der Stuttgarter und abseits von Balbo. In Reserve haben die Argentinier noch weitere vier Weltmeister. Also eine gut bestückte Ersatzbank überhaupt heute, die Ersatzbank dicht besetzt. Alle Kaderspieler des 22-Mann-Kaders sind entweder auf dem Spielfeld oder auf der Ersatzbank. Teamchef Hickersberger hat sich mit seinem Kollegen Jado auf diese Regelung geeinigt. Hier haben Sie den Teamchef, den Weltmeistermacher Carlos Pilano. Es darf auch sehr großzügig gewechselt werden. Der Tormann und fünf Feldspieler dürfen während dieses freundschaftlichen Länderspiels ausgewechselt werden. Paul war das an Balbo. Freistoß durch Puro Chaga, der ja das Siegestor gegen Deutschland im Endspiel der letzten Weltmeisterschaft erzielt hat. Das 3 zu 2. Puro Chaga. Puro Chaga. Kopfball war das von Sensini. Ferrisuela. Und abseits. Abseits wieder von Pasualdo. Mehr als 20 Minuten gespielt, 21 Minuten und 20 Sekunden in diesem Augenblick und Österreich führt gegen den Weltmeister Argentinien mit 1 zu 0. Ruß. Gut durchgesetzt hat sich Polster. Und im Zurücklaufen hat Ackner eine gefährliche Situation entschärft. Es müsste Freistoß für Österreich geben, Polster wurde da in die Zange genommen. Freistoß durch Tschak. Jetzt raus. Einwurf für die Österreicher. Ruß ist das. Der einzige Viener Spieler in den Reihen der österreichischen Nationalmannschaft. Und von Lorenzo zurück zu Tormann Pompidou. Pompidou, der ja auch in Sevilla spielt, und zwar beim Zweitligisten Petit Sevilla. Lindenberger kann sehr weit ausschießen. Fast bis zum gegnerischen Strafraum. Da ist Tschak, der Polster. Und Polster sehr motiviert. Nicht zuletzt durch die Funktion des Teamkapitels. Seit er die Schleife trägt, ist der Phil Agila, muntert seine Mitspieler immer wieder auf, treibt sie an. Ein Kapitän, wie sich ihn Teamchef Hikersberger vorstellt. Die Argentiniener Pizzer hat sich in die Schleife trägt, und zwar beim Zweitligisten Petit Sevilla. bei ihren Angriffen einfalllos, relativ Stereotyp. Sie warten offensichtlich noch auf die Geistesblitze von Diego Maradona. Vorstoß von Ruggeri, jetzt Balbo, kurz wieder Lorenzo, Lorenzo, für Batista, und gut aufgepasst von Hörtnagel gegen Sensini. Argentinien wird ja einer alten Tradition entsprechen. Das Eröffnungsspiel der Eindrunde der Weltmeisterschaft in Italien bestreiten, und zwar gegen Kamerun in Mailand. Lindenberger gegen Maradona. UNSSR und Rumänien sind die weiteren Gegner in der ersten Gruppe für den Titelverteidiger. Russ, befolgt von Puro Chaga, Batista, jetzt wieder Puro Chaga, abseits von Maradona. Er hebt viele Fußballgesetze auf, dieser Diego Maradona, aber die Abseitsregel, die gilt natürlich auch fehlend. Achner. Wollte Linsmeier anspielen. Schöttler. Seliganter Spieler. Rot-Ax. Und da wird vollst gefault von Ruggeri, aber der Schiedsrichter lässt weiter stehen. In den ersten 28 Minuten merkt man den Argentinien-Spielern in der ersten Zeitung. die Abschlussschwäche, die sie in den letzten acht Länderspielen gezeigt haben, deutlich ab. Sind bisher ungefährlos. год gott beseButter. Kadir Puro Chaga hat gewählt von Ruz. Linzmeier. Handspiel von Lorenzo. Bei der Weltmeisterschaft gäbe es dafür bestimmt die gelbe Karte. Hörtnagel und Dormann-Märry-Pumpidon. Heute das zehnte Länderspiel für Alfred Hörtnagel. Jetzt der Roos. Wieder Hörtnagel. Lässt sich streiten über diese Entscheidung. Buruzaga für Maradona. Da war Petzl schneller, aber Maradona. Haken gegen Petzl. Gut gespielt für Buruzaga. Und das ist der Ausgleich. Ausgleich durch Buruzaga. Und da hat man gesehen, was Maradona erzeugen kann. 31. Spielminute. 1 zu 1. Eingeleitet von Diego Maradona. Hier dieser Pass, mit dem die österreichische Abwehr nicht gerechnet hatte. Österreicher haben noch Abseits reklamiert. Sie sehen es hier. Und sehr überlegt gemacht von Buruzaga. 1 zu 1. 1 zu 1 also Österreich gegen Argentinien. Und gute Abwehr von Lindenberger. Noch einmal jetzt Maradona. Werden Sie diese Zeitlupe sehen. Und wieder gehalten von Lindenberger. Ah, da hat sich Lindenberger jetzt zweimal hintereinander ausgezeichnet. Hier Maradona und Lindenberger. Das Ausgleich drückt natürlich ein wenig jetzt auf die Stimmung hier im Stadion. Es ist leise geworden. Aber die österreichische Mannschaft darf bisher mit ihrem Spiel zufrieden sein. Jetzt wieder Buruzaga. Immer wieder Buruzaga. Nach genau 772 Minuten hat Argentinien wieder ein Tor geschossen. Das letzte war am 8. Juli im Südamerika Cup gegen Uruguay. Polster abseits von Rodax. Noch einmal Polster. Ja, und die Anzeige war richtig. Im Augenblick der Ballabgabe war Rodax vorne. Rodax für Polster. Und Polster wird gehalten von Ruggieri und ärgert sich natürlich darüber. Vielleicht sehen wir in dieser Zeitlupe. Wie Ruggieri, jawohl, wie Ruggieri, da Tony Polster einfach hält und niederreißt. Polster kann sich nicht lösen. Das Ganze war der Information halber im Strafraum. Er hat ganz ausgezeichnete Angriffe. Für angelegte Angriffe der Österreicher in der ersten Hälfte. Maradona. Fauland Linsmeier von Sensini. Jack, der Polster und Polster wird wieder niedergerissen. Niedergerissen von Ruggieri. Er bestätigt hier diesen Ruf, den er bei Real Madrid hat, als härterster Abwehrspieler. Freistoß für die Österreicher in der 37. Minute. Spielstand ist 1 zu 1. Vielleicht gelingt er ein Trick, ähnlich wie in Salzburg gegen Ungarn. Und abgewärts von Passualdo. Artner. Für Polster. Polster weiter für Hörtnagel. Noch einmal Polster, noch einmal Hörtnagel. Hörtnagel. Und das war ein Riesenpelk. Und das war ein Riesenpelk. Aber hervorragend gespielt. Gänzend gespielt. Polster auf Hörtnagel. Mit dem rechten Fuß ganz knapp vorbei. Polster. Runater. Husband. Ruggieri. Abgewehrt von Schäppl, Einwurf durch Streiter, Polster, Russ, Chuck, wieder Adner, wieder Ross, Linzmeier, Hörtnagel und auf Abseits vom Polster entschieden. Noch etwas mehr als fünf Minuten bis zur Pause, Spielstand 1 zu 1. Und als Zwischenbilanz darf man sagen, dass die Österreicher in der ersten Hälfte ihre WM-Reife unter Beweis gestellt haben. Flüssig, beweglich, technisch gut. Bruss und Borucsaga zu Tormann Pompito. Maradona. Und da ist Sensini, Sensini gegen Russ. Batista, Batista für Serizuela, als Streiter und Abstoss. Kürze, Schäppl, ein paar Jahre. Und das ist es, dass die Österreicher in der ersten Hälfte, die aus der ersten Hälfte, der die Sie über den ersten Hälfte die Auslande schaden. Schöttl, Holster, kommt nicht mehr den Ball. Christian Kegelwitz, alle österreichischen Kaderspieler wärmer an der Zeit auf. Schöttl. Gefährlich wurden die Argentinier eigentlich nur minutenweise hier im Wiener Stadion. Nach dem Ausgleich zwei Chancen, eine durch Basualdo und eine durch Maradona. Nach dem Ausgleich zwei Chancen, eine durch die Ausgleich zwei Chancen, eine durch die Ausgleich zwei Chancen. Zusammenspiel zwischen Schöttl und Petzlar, jetzt raus. Sehr geschickt machen, dass die Österreicher ist, taktisch in Ordnung. Sie wollen sich von den Argentiniern nicht herauslocken lassen, jetzt hört Nagel. Wollen die Abwehr nicht zu stark öffnen. Wollen mit diesem Spiel die Argentinier zwingen, initiativ zu werden, selbst nachzurücken. Jetzt Petzlar für Hörtnagel. Streiter. Paul von Batista an Streiter. Nur noch wenige Sekunden bis zur Pause. 45 Minuten sind in diesem Augenblick gespielt. Noch einmal Freistoß durch Chancen. Hört Nagel. Und hier ist der Pausenpfiff. Österreich vor rund 45.000 Zuschauern im Wiener Stadion. Gegen Weltmeister Argentinien 1 zu 1 die Tore Tschak und Buru Chaga. 1 zu 1 aber ein durchaus gutes Ergebnis für die österreichische Mannschaft. Sie hatte sich ja heute hier dem Weltmeister gestellt, mit der Absicht zu beweisen, dass man auch mit den stärksten Teams der Welt mithalten kann, dass man die Qualifikation für Italien zurecht geschafft hat. Und das ist in der ersten Hälfte gelungen. Vorgesehen sind einmal jetzt der Wechsel von Tormann Lindenberger, der ganz ausgezeichnet gehalten hat, gegen Konsl und der von Rodax gegen Ogris. Werden wir sehen, ob Teamchef Hikersberger gleich zu Beginn der zweiten 45 Minuten noch andere Spieler bringt. Die Möglichkeit besteht für Kegliwitz anstelle von Tschak zu kommen und für Reisinger anstelle von Linsmeier. Wir haben sie Michael Konsl. Ich hielte es nicht für ideal, wenn gleich vier neue Spieler jetzt in die österreichische Mannschaft kämen. Denken wir an das Spiel in Malaga gegen Spanien. Als die Spanier so zu Beginn der zweiten Hälfte einen Massentausch durchgeführt haben, da ist der Faden in ihrem Spiel gerissen. Und die österreichische Mannschaft war in dieser Zusammensetzung in der ersten Hälfte eine Einheit. Hat homogen gewirkt. Hier die Argentinier. Noch schnell die Referenz erwiesen, ein Assistent an Diego Maradona. Und auch bei den Argentinien kommen neue Leute. Einen habe ich schon jetzt gesehen. Ich glaube, dass Claudio Caniccia ins Spiel kommen wird. Jedenfalls ist er hinter Maradona aus den Kabinen gekommen. Hickersberger hat sich entschlossen, hier mehrere Spiele auszuwechseln. Kegliwitz ist bereits auf dem Spielfeld. Auf Ogris. Kongfau ist im Tor. Und Reisinger sehe ich auch. Also es kam zu einem Viererwechsel. Und das ist mit der Nummer 20 bei den Argentiniern. Wie ich gesehen habe, Claudio Caniccia von Atalanta anstelle von Balbo. Kegliwitz war zuletzt nicht erste Wahl bei Atalanta. Aber vielleicht findet er zu seiner Form in der argentinischen Weltmeistermannschaft. Ansonsten sehe ich keinen Tausch bei den Argentiniern vorerst. Man muss noch etwas warten auf Batista, der Probleme mit seinen Schuhen hat. Da läuft sich Kegliwitz warm. Kurz zuvor sahen sie auch Reisinger. Jetzt werden auch über Lautsprecher diese Veränderungen in beiden Mannschaften bekannt gegeben. Hier Andi Ogris, der in Salzburg gegen Ungarn ganz hervorragend gespielt hat. Der im Augenblick gleich versprecht hat, dass Gerhard Rodax mehr Tore schießt. Und eine Angriffsspitze wird nun einmal an seinen Treffern gemäßt. Bekommen hat die zweite Hälfte. Und warten wir, wie sich die neu formierte österreichische Mannschaft jetzt zurechtfindet. Das ist Polster. Wie der Buru Chaga, der Schütze des 1 zu 1. Zum ersten Mal der neue Mann im Angriff jetzt Claudio Caniccia. Beklagt haben sich die Österreicher in der Pause über die etwas harte Gangart der argentinischen Verteidigung. Vor allem Toni Polster regte sich sehr auf über Ruggieri. Und zurecht, jetzt bekommt, glaube ich, Ruggieri endlich die längst verdiente Gelbekanse. Er bekommt sie nicht, sondern er bekommt nur die Ermahnung. Beim nächsten Mal stelle ich sie hinaus. Masseur Kulowitsch bei Toni Polster. Unglaublich, wie dieser Mann da Toni Polster richtig zusammenschneidet. Freistoß durch Kulowitsch. Unglaublich, wie dieser Mann da, in der Zeit, 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 Streiter. Im Kopfballspiel sind die Argentinier sehr stark. Da zieht Österreich des Öfteren den Kürzeren. Hört Nagel, wieder Streiter. Foul von Rus war das. Foul von Rus an Caniccia. Da humpelt Maradona, wie die Regie uns in dieser Einblenderung gezeigt hat. Ugris. Foul von Rus an Caniccia. Freistoß für die Argentinier. Es gibt einige Aufregungen und Diskussionen mit dem Schiedsrichter jetzt. Es war natürlich irgendwo ein Revanche-Fall der Österreicher, die die harte Gangart von Ruggieri zurückzahlen wollten. Lorenzo kann weiterspielen. Freistoß durch Maradona. Es wird kein Abseits gegeben und auch kein Tor. Das ist ein Glücksfall. Hier noch einmal. Das Ganze in der 52. Minute. Sehr gut zurückgelaufen ist Schöton, der Libero, der mir überhaupt besonders gut heute gefällt. Absatz. Absatz und Freistoß für die Österreicher. Am Boden da Toni Polster. Das Spiel geht aber weiter. Und jetzt erst darf die österreichische Betreuung auf das Spielfeld. Polster regt sich natürlich entsetzlich auf. Harte Spielart in Ehren, aber man muss Respekt haben vor der Gesundheit der Gegner. Und dieser Respekt wird im Augenblick nicht gezollt. Hier noch einmal. Polster gefault von Lorenzo diesmal. Die Argentinier wirken zu Beginn der zweiten Hälfte stärker, haben jetzt mehr Spielanteile. Foul an Maradona. Und nicht zuletzt durch diese Foul ist das Spiel jetzt auch zerhackt. Ich glaube der Übeltäter war diesmal Peter Artner. Da ist der Artner. Jaja. Dann kommt noch der Nagel. Und Maradona lässt sich pflegen. Ja, so schön das Spiel in der ersten Hälfte anzusehen war. So zerrissen ist es jetzt in der zweiten Hälfte. Kann nicht nur hervorragend spielen, sondern kann auch ganz gut leiden dieser Diego Maradona. Jetzt Batista. Und Polster. Gibt Eckball für Österreich. Sind in der Zwischenzeit in der 56. Spielminute. der Spielstand nach wie vor eins zu eins. Da ist Polster wieder gestoßen worden, als er auf den Kopfball gehen wollte. Streiter. Streiter. Streiter für Ogris, der einmal über links kommt. Das kann er ja sehr gut, der Andreas Ogris von der Wiener Austria. Die Flanken wechseln und dadurch Verwirrung stiften in der gegnerischen Abwehr. Konto vor dem neuen Stürmer Kanitscha. hat jemand mit ihm gesagt. Russ für Schöttlo. Schöttlo bestreitet heute sein 10. Länderspiel. Der Zusammenhalt in der österreichischen Mannschaft ist in der zweiten Hälfte nicht mehr so gegeben wie in der ersten, zumindest nicht in den ersten zwölf Minuten. Das Match ist im Augenblick mehr ein Fighter als ein Spiel. Er wollte Toni Polster mit der Ferse weiterleiten und zwar wolle weiterleiten für Andy Ogris. Ogris setzt sich gut durch, noch ein Haken, Flanke, Polster. Hat Artner nicht aufgepasst. Paulano Gris war das. Paul von Serizuela lässt weiterspielen, der Schiedsrichter diesmal. Möchte offensichtlich, dass dieses Match wieder in Gang kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Reisiger Keklewitz gegen Basualdo Ugris und Marathona sind aneinander geraten. Burritschaga Abseits Abseits von Sensini Serizuela bewacht jetzt Ogris und Ruggeri bleibt bei Toni Polster. Und gespielt sind fast 17 Minuten in der zweiten Hälfte, Spielstand nach wie vor 1 zu 1. Abseits von Sensini Mit Diego Marathona ist diese argentinische Mannschaft bestimmt stärker an ihm richten sich auch die anderen aus, bieten eine viel bessere Leistung als in den letzten Spielen. Abseits von Sensini Abseits von Sensini Ich trau mich gar nicht zu sagen, wahrscheinlich vorbeigegangen, aber sicher ist sicher, Eckball. Chancel ist hier Lorenzo aus. Wie sieht das aus dieser Warte aus? Ah, der ist schon reingegangen. Burritschaga Und da hinten ist das Petzl Burritschaga auf. Und da hinten ist für die. Das ist das Petzl Burritschaga. Es ist Downtown TT Bitcoin B Die Spielen sind noch rund 26 Minuten, der Spielstand nach wie vor 1 zu 1. Ja, furchtbar ist voll wieder und da gibt es nicht einmal Freistoß. Das ist nicht zu glauben. Ball an Ogris und nicht einmal Freistoß. Streiter wird ab. Reisinger. Wieder Pasualdo, der sehr stark spielt, der Mann aus Stuttgart. Maradona gegen Petzl. Und Freistoß jetzt für die Argentinier. Pasualdo und Maradona liegen da am Boden. Österreicher reklamieren natürlich, weil zuvor das Foul nicht geahndet wurde. Jetzt zwei gelbe Karten, glaube ich, hintereinander. Eine für Arthner und dann eine für Toni Polster. Maradona, Petzl. Und das Foul an Pasualdo dürfte Arthner begangen haben. Ja, jetzt haben wir es gesehen und dafür hat er die gelbe Karte bekommen. Zwei gelbe Karten also jetzt für die Österreicher. Eine für Arthner, eine für Toni Polster. Wägen reklamieren. Abgewehrt wieder von Chaifon, der auch im Kopfballspiel sehr stark ist. Die Zuschauer glauben natürlich, dass jetzt hier mit zweierlei Maß gemessen wurde. Und deshalb dieses schrille Zeitkonzert im Wiener Stadion. Maradona. Als Uruguay zuletzt gegen Deutschland spielte, hat diese südamerikanische Mannschaft natürlich auch ganz hart eingegriffen, brutal gespielt. Und die Argentinier haben vor diesem Match gemeint, sie spielten eine ganz andere Gang aus. Sie betonen das Spielerische, aber in dieser zweiten Hälfte ist da wenig zu bemerken davon. Die Andiogris. Schöttl für Streiter. Baulheim Resinger. Vielen Dank. 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 Arsner. Vielen Dank. Maradona. Und schon gepfiffen. Freistoß. Für Argentinien. Große. Aufnahme. Von Sensini. Drei. Spieler da. Maradona. Maradona. Aber war's war's Freistoß. Freistoß. Arsner. 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 Ers. Arsner. Kigliwitz! Freistoß von Herzog und Kigliwitz. Polster und sehen Sie, mit der Hand wird wiedergearbeitet von Ruggieri. Reisinger. Und Pompidou. Caniccia. Sehr viele offene, aber auch sehr viele versteckte Fouls in dieser zweiten Hälfte. Ball oder Gegner lautet in diesen zweiten 45 Minuten die Revise. Restos war von Cerisuela. Gerusalem. Wir haben die Brüste zu ersten Kanzler. Vielen Dank. ... durch Streiter für die noch immer dicht besetzte österreichische Ersatzbahn. ... 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 Herzog, Petzl, Maradona hat den Ball da erkämpft, Caniccia, für Sensini, wieder Maradona, Technisch Berlant jetzt gespielt von den Argentiniern, eingeleitet von Maradona, wieder Maradona, Serizuela, Guruchaga und Conce. Indirekter Freistoß wegen Behinderung des Tormanns. Ja, und jetzt wieder ein Foul, wieder ein Foul an Ogris, aber an Ogris werden Fouls offenbar nicht gehandelt. Noch 10 Minuten zu spielen. Zu spielen ist hier der wohl falsche Ausdruck. Petzl, für Herzog war das gedacht. Pumpe da lässt sich jetzt auch schon Zeit. Foul und dieses Foul wird jetzt von den Argentiniern dazu benützt einen neuen Spieler zu bringen und zwar mit der Nummer 18 kommt Troglio und zwar von Lazio Rom. Aus dem Spiel geht Lorenzo. Also ein Italiener unter Anführungszeichen wird durch einen anderen ersetzt. Lorenzo von Bari aus dem Spiel. Foul war das von Kegewitz an Basualdo. Und dann noch eins und zwar von Betzow. Sieben Minuten noch zu spielen sollte der Schiedsrichter da nicht einiges einrechnen und er hat Grund genug. . . . . . . . . Noch einmal Angriff jetzt über Streiter, aber etwas ist der Schwung aus dem Spiel heraus. Herzog, wieder Streiter, wieder Herzog, Herzog für Ogris, Ogris für Ardner. Endlich wieder ein Schoß, endlich wieder ein Ansatz zu einem Fußballmatch. Es ist ja das vorletzte Spiel der österreichischen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft. Abschied dann von Österreich mit einem Match gegen Holland am 30. Mai. Nächste Station der Argentinier ist die Schweiz. Sie spielen ein Länderspiel gegen unseren Nachbar. Fünf Minuten noch in diesem Länderspiel Österreich gegen Weltmeister Argentinien. Zeit etwas Bilanz zu ziehen. Eine sehr gute erste Spielhälfte, in der die österreichische Mannschaft eine klasse Leistung gezeigt hat. Ja, ein Duell Schiedsrichter gegen Streiter. Auch die Argentinier haben in der ersten Hälfte konzentriert gespielt. Haben auf ihre Chance gewartet. War nicht so initiativ wie die Österreicher. In der zweiten Hälfte dann ein zerfahrenes Spiel. Die vielen neuen Spieler in der österreichischen Mannschaft sind bestimmt nicht für diesen Abfall in den Leistungen verantwortlich. Es war einfach ein von Pauls zerhacktes Match nach der Pause. Und für mich der beste Spieler in der österreichischen Mannschaft. bei den Argentiniern natürlich Diego Maradona. Aber dieser Diego Maradona wurde mit Raumdeckung von den Österreichern ganz gut in Schach gehalten. Wenn Teamchef Josef Hikasberger dieses Match als den Prüfstein für die Endrunde in Italien ansieht, dann darf er alles in allem mit der österreichischen Mannschaft zufrieden sein. Abseits angezeigt, deshalb müsste es Freistoß geben, jawohl. Es kommt noch zu einem Tausch bei den Argentiniern. Das macht sich jetzt Pedro Monson von Independiente bereit ins Spiel zu gehen. Bruce. Jetzt Reisinger, Flanke von Reisinger. Und da einmal an Pompidou, der einen sehr sicheren Eindruck gemacht hat. Paul von Keglewitz und zwar an Sensini. Buru Chaga, der Torschütze, geht jetzt aus dem Spiel. Jeder Mann, der das 1 zu 1 in der 31. Minute erzielt hat, der den Ausgleich geschossen hat, nachdem Österreich durch einen Weitschuss von Manfred Tschak schon in der dritten Minute 1 zu 0 geführt hatte. Ein Tschusti ist der Mann, der jetzt für Buru Chaga ins Spiel kommt. Tschusti auch ein Weltmeister, einer der der erfolgreichen Mannschaft 1986 angehört hat. Abschluss gibt es vom Tore der Österreicher. Offiziell sind wir in der letzten Spielminute, aber es gibt genug Grund, dieses Spiel länger dauern zu lassen. Notwendigkeit wäre es eigentlich keine, denn man hätte auf die gesamte zweite Hälfte eigentlich gut und gerne verzichtet. Und dieser Ansicht ist auch Schiedsrichter Alfons Kostantai aus Belgien. Er pfeift dieses Wetsche in diesem Augenblick ab. Checkhands noch zwischen Toni Polster und Diego Maradona. Beide Mannschaften sind mit diesem 1 zu 1 zufrieden. Ein 1 zu 1, das auch dem Spielverlauf der ersten Hälfte irgendwo entspricht. Die zweite, die sollten wir eigentlich abhaken und schnellstmöglich vergessen. Einer hat jetzt Diego Maradonas Leibchen mit der Nummer 10 erwischt. Er wird sich glücklich schätzen, hier Toni Polster. Toni Polster mit Diego Maradona, die beiden Mannschaftskapartäne. Diego Maradona trägt ja die Nummer 10, die er einst auch Mario Kempes in der argentinischen Mannschaft gehabt hat. Und die auch Pelé, der Brasilianer gehabt hat, mit dem er ja immer wieder verglichen wird. Und ich muss sagen, zu Recht verglichen wird. Mit dieser eigentlich unschönen Szene, mit dieser unschönen Einstellung. Okay, man.